Folge 241 von Simotrans. Ja, die Postkutsche, wie ich sie genannt habe, ist ja gerade reingefahren und fährt durch. Er wartet immer noch auf Freistrecke. Ja, schauen wir mal, wie das hier wird. Jetzt kommt er erst rein. Aber er wird ja wohl jetzt gleich rausfahren, denke ich mal, wenn er da weg ist. Aber wir müssen, ich sehe schon, wir müssen auch zweigleisig weiterarbeiten nach da unten. Und wir wollen ja definitiv diesen Bahnhof umbauen. So, da müssen wir mal anfangen. So, Idee ist, diese Dreier hier neben erst mal zu setzen. Geht das so? Ich denke mal, ja, oder? Allerdings können wir auch die Buchten so setzen, ne? Wollen wir nur hier? Er steht immer noch da, ne? Er wartet immer noch auf Freistrecke. Ich glaube, er ist der Letzte, ne? Der Letzten werden die Ersten sein, oder wie heißt das so schön? So, äh, Fahrzeug, Strecke, 100 kmh. Und dann machen wir so. Dann machen wir so und so und so und so und so. Dann können wir hier trotzdem reinfahren und wir können diese Buchten später auch noch ausbauen, wenn es sein muss, ne? Gut, dann brauchen wir den. Eins, zwei, drei. So, jetzt ist das erledigt. Wir können definitiv hier eigentlich auch weiterbauen, oder? Aber geht nicht wegen, das ist nur für den Sackbahnhof. So, das bedeutet, den kicken wir schon mal raus und das auch weg. So, die müssen noch weg, die Fahrzeuge. Das heißt, äh, der möchte mal bitte woanders hinfahren. Und wenn er raus ist, zerstören wir gerade den. Und jetzt können wir hier den Fahrplan aber auch wieder hinsetzen, dass er wieder kommt. Und der fährt hier dann sowieso da links rein. Das kann auch weg. Und Ich sprach letztes Mal von einem Durchgangsbahnhof, ne? Den würden wir jetzt hier gerade nicht bauen, oder? Würde ich mal sagen, oder? Dann müssen wir noch mal überlegen, wie wir das hinkriegen. So, noch mal die Lupe an und wir machen den zweiten Wagen hier auch weg. Da lang. Da lang. Da lang. Weg. Fahrplan. Ja, zweiter Wegpunkt ist jetzt ein bisschen doof. Warte, lassen wir noch mal weiterfahren. Weil der Wegpunkt sitzt natürlich jetzt gerade bei dem auch falsch, ne? Macht er das? Ich glaube, er macht das nicht, ne? Den kennt er nicht, der kann da nicht hin, oder? Oder fährt er doch in der Haltebucht, weil er das sieht? Nee, der fährt jetzt die Stelle an. Passt schon. Das bedeutet hier in diesem Falle, Linie ändern. Hadexen. Hadexen Sägewerk. Und den Halt machen wir da hin. Und den können wir rauslöschen. Und den können wir rauslöschen. Und alles wird wieder gut sein, ne? Ach, knapp daneben ist auch vorbei. Ach, knapp daneben ist auch vorbei. Ja, da gab es den richtigen Halt halt noch, ne? Deswegen funktionierte das noch. Jetzt fährt er wieder weg. Habe ich was so geändert? Ah, ich weiß, was wir gemacht haben. Der hat keine 100% im Stahlwerk. Die braucht er da aber, ne? Glaub ich. So, jetzt müsste es klappen. Das kann weg. So, da muss noch das eine auch weg hier. So, wenn ich jetzt die Strecke hier durchfahren lassen möchte. Das heißt, ich müsste hier ein Gleis haben. Hier neben noch Gleise haben. Die dann zu dem Ganzen gehören. Ja, er ist ja gut. Er steht ja richtig. Holz-Lkw passt noch. Jetzt haben wir hier. Er wartet immer noch auf freie Fahrt. Das ist also doch noch ein Problem. Und Fahrplan ist. Hadex ein Stahlwerk alt. Ne, da sind wir ja gut. Dann muss er zur Baustoffhandlung mal fahren, ne? Warum fuhr er jetzt nicht weiter nach da hinten? Na, egal. Lassen wir erstmal so. So, wir machen jetzt erstmal das Straßengebier weg. Achso, der Michael hatte geschrieben, ne? Wir sind hier mit diesen Zahlen starke Minus am Gehen. Und er schrieb dann, das waren teure Züge, die wir vielleicht gekauft haben. Müssen wir mal schauen. Ich mache mal jetzt erstmal hier, gleistechnisch hier noch was weiter. Und zwar, ja gut. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Jetzt habe ich mich wieder verzählt. Alles klar. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Das ist 13, das Gleis. Wie lange haben wir unten gemacht in unserem Dingens hier unten? Kann ich jetzt 15, ne, oder? Eins, zwei, drei, vier, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vier, fünfzehn tatsächlich. Hm. Das würde bedeuten, wir kommen da nicht ganz raus. Dann gefällt mir das hier nicht. Ich würde ja schon gerne da was anderes haben, ne? Und zwar Bauen wir hier Ne Brücke hin, oder? Die hier ist. Zweierlang. Genau. Und dann machen wir 100er Straße, verbinden die noch da. Und verbinden noch da. Setzen dieses Schild hier hin. Und canceln das Ganze. Und haben dann so freie Fahrt auf beiden Wegen. Den müssen wir gleich canceln. Und bauen hier was weg. Oh, das war die Oberlandleitung, ne? Sehr interessant. Kommt schon die erste Meckatour, dass er nicht mehr langfahren kann. So, das geht. Findet keinen Weg mehr. Findet keinen Weg mehr. Sollte alles wieder klappen. Strecke ist ja da. So, jetzt muss er da erstmal raus. Der ist ja immer mal falsch fahrend. Der soll sich einen anderen Halt suchen. Fahrplan. Freier Wegpunkt. Okay. Der saß natürlich da. Ist auch gut, ne? Okay. Wo ist denn der freie Wegpunkt jetzt? Achso, okay. Dann heißt es also, den kannst du dann auch umbauen. Linie da. Und kann auch hinzufügen sein. Spielt auch keine Rolle. Und löschen. Den da. So. Und erledigt. Auch passend umgebaut. So, jetzt fährt er auch zum Glück schon weg. Das heißt, wir können auch gerade den Ding ins Abreißen. Äh, da. Dort. Die Straße muss jetzt andersrum. So, da rein. Und dann kommt er seine Bucht da auch wieder hin. So. Dann passt das. So, der fährt da lang. Und sein Fahrplan kann aber ruhig jetzt wieder hier sein. Und dann freut er sich bestimmt. So, dann gehen wir wieder auf die 160er Gleise hier. 13 waren es, ne? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Und noch ein länger. S16. Und da geht es leider nicht. Dann Oberleitung dahin. Das passt auch. Und dann den Bahnsteig dahin. 15er länger. Passt. Ja, ich hätte jetzt gedacht, wir können noch mehr nach hier bauen. Ist aber gar nicht so. Aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Das wird dann schon werden. Jetzt müssen wir hier nur was umbauen noch. Wir basteln das Gleis schon mal länger. Da kommt schon die nächste Haltebuch. Dann kann das auch bis dahin durch. Dann Oberleitung. Ist auch fertig. Und das passende Signal hin. so. Und so. Hm. Auf jeden Fall da auch noch eins hin. Und jetzt ist nur die Frage, ob wir da quer rüber gehen. Ich denke mal sogar auch das. Das heißt, ich schmeiße mal gerade den da noch weg. Und setze den einen noch weiter hier vorne hin. So passt es dann. Würde ich sagen. Und so ist es dann da. So geht es, oder? Können wir erst so lassen. Da kann auch noch einer reinfahren jetzt. Das ist doch schon mal wunderbar, oder? Gehört alles zu dem Bahnsteig. So, Durchfahrtsgleise sind erledigt. Wir haben eins, zwei, drei, vier. Ja. Kann man upgraden hier. Kann man. Das bedeutet, den machen wir weg. Und ziehen hier mal gerade länger durch. Ich glaube, das ist gar nicht die passende Dinge ziehen, oder? So, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn. Gut, dass wir da noch mal festgehalten haben. War das jetzt 15? Vier weniger. Vier weniger. Das heißt, da muss auch noch einer hin. 160 dazu. Und so, ne? Okay. Das war jetzt Gleis Nummer zwei. Oberleitung. Passt. Wer fährt denn hier? Irgendwohin keiner. Stehen die da übereinander? Ich glaube schon, ne? Okay. So, verlängern wir das erste Gleis auch noch. Machen wir mal so. Jetzt ist die Frage, ob das so geht. Ich glaube eher nicht, oder? Doch, macht er tatsächlich, obwohl der Zug da steht. So. Sehr schönes Gleis. Passt. Jetzt fehlt uns nur noch ein Gleis, ne? Das ist das Doofe. Hier oben geht's nicht hin, wegen der Begrenzung. Das heißt, hier müssen wir doch noch was wegreißen. Schade. Okay. Der findet keinen Weg mehr. Ich hoffe, das ist noch alt. Weil, das müsste da ja auch, glaube ich, stehen, ne? Ja, das müsste ja stehen, dass der keine Route hat. So, hier sind wir jetzt gerade irgendwie so ein bisschen tricky unterwegs, ne? Da muss ja jetzt noch ein Zug stehen. Mach den mal gerade auf den anderen Fahrplan hier. Ah, der fährt jetzt auch tatsächlich da raus und fährt, äh, in die Richtung. Lassen wir einmal durchfahren. Ist jetzt egal. Jetzt müssen wir doch noch hier das wieder abreißen. Idee war gut. Umsetzung war schlecht. Wir müssen da noch ein Gleis mehr haben. Das bedeutet auch gleichzeitig, hier muss es umgebaut werden. Aber wir machen das mal gleich richtig. Fahrzeug, 100 kmh, hier lang. Ich glaube, so passt's. Das nächste Line noch weg. Und hier müssen wir anders bauen. Ja. Müssen wir anders bauen. Und da benutzen wir jetzt einen kleinen Trick. Setzen das da hin. Nehmen unsere Straßen hier weg. Und sind wir bald schon da, ne? Ja, das ist auch doof. Ah, weiß ich noch nicht. Die Box. Box da hin. Ich glaube, die erste Box kommt jetzt weg. Und da haben wir schon Wegpunkte gesetzt für die erste Box, ne? Das ist das Schlimme. So, die werden alle angefahren oder können alle angefahren werden. Ich glaube, der LKW hat jetzt hier keinen Wegpunkt, ne? Genau. Dann können wir den mal gerade da hinzufügen. und den freien Wegpunkt da löschen. Da ist das wieder richtig. So, dann haben wir das schon richtig. Jetzt können wir... Ah, die Bushaltestelle kann da weg. Das kann auch alles weg. Und... Er muss da auch noch... Warte, der kann erst mal hier... weg. Luper. Und das Fahrzeug muss auch wieder raus. Ist gerade nicht möglich. Das läuft wieder. Und Fahrplan ist gerade nicht möglich. Schade. Holz war doch richtig, ne? Das hat ja auch noch eine falsche Linie her. Ne, der war schon richtig. Geht nicht. Das ist schlecht. Dann warten wir da gerade ein bisschen. Aber wir können ja in der Zeit schon mal weitere Gleise hier anlegen. So. Und so. Und hier ziehen wir durch. Ich glaube, Strom ist überall drauf. So unten der Bahndamm noch hin. Genauso wie auf der Seite auch. Oh, wir sind hier zu lang, sehe ich gerade. Das bedeutet... Der kann weg und der kann weg. Und der kann weg und der kann weg. Und der kann nicht weg, weil das Auto da steht. So. Oberleitung auf jeden Fall schon mal hier dran. Und da können wir auch Oberleitung basteln. Hier ist ja alles richtig, glaube ich, ne? Ich glaube schon. So. Jetzt müssen wir hier nur gucken, dass wir den da loswerden. Ich hoffe, der funktioniert jetzt mal. Nee, der will wieder nicht. Das ist schon wieder schäbig, ne? Hm. Wie kriege ich das denn? Gar nicht wahrscheinlich, ne? So, wir werden aber jetzt erstmal... Looper haben wir noch an. Diesen hier wegschicken gerade einmal. Weil der blockiert mir jetzt das Gleis voll. Und... Lassen wir einfach wegfahren und dann können wir weiterschauen. Dieser hier ist das gleiche in grün. Ah, wir müssen noch gucken. Das ist noch relativ viel. Hier fährt der jetzt weg. Das bedeutet, dass dort... Die Gleisanlage auch... Dementsprechend entfernt werden kann. Und dann kann das Gleis hier geschlossen werden. Und ich weiß nicht, ob es passt. Aber wir ziehen es mal lieber vorsichtshalber rum. Sieht aber so aus, als ob alles richtig ist. Dann brauchen wir noch das. Und da war gerade der Zug, deswegen ging das nicht. Passt. Er hat kein Halt mehr gefunden. Steht jetzt irgendwo anders. Das hier kann weg. Ist da falsch. Das hier kann weg. Ist da falsch. Das kommt da eigentlich hin. Ist da auch falsch. Dieses gesetzt. Und... Ja. Das kommt dann da hin. So läuft es richtig. So, jetzt müsste er eigentlich schon mal... Ah, da kommt gerade einer entgegen rein. Gut, zwei Durchfahrtsgleise haben wir. Und vier Richtige, wenn dann der LKW da endlich die Bucht freigebt. Geht immer noch nicht, ne? Nein. Es ist wieder schwierig. So, jetzt gucken wir aber gerade noch hier rein. Ob der Halt richtig ist. Den hätte ich gerne noch. Ach, er kann auch nicht. Hab ich das irgendwo unten offen? Nein, ne? Das ist was anderes, ne? Ja. Das ist dort. Und die Haltlinie hier sind aber richtig, ne? Ja, das sieht gut aus. Und die sind auch richtig, oder? Ach, der kann auch nicht auf. Alles klar. Gut. Aber wir sind auch mit der Zeit schon fortgeschritten. Der Michael Friedrich wollte noch Bilanzen sehen. Die haben wir hier. Und zwar müssten wir jetzt mal gerade, äh, schauen, wie sich das hier so entwickelt, wie wir sehen. Ich mach's mal ganz einfach größer. Betriebskosten. Gehen so hoch. Beförderung sieht man gerade. Doch, die sieht man schon, aber es ist in Gelb und ganz schlecht. Okay, gehen runter. Einnahmen. Na, sind auch nicht gerade. In Stalthandhaltung geht da ganz runter und dann wieder höher. Maut haben wir nicht. Betriebsgewinn. Stand da nicht mal früher. Ach, die Marge ist da rechts. Die Marge ist aber noch im grünen Bereich. Wir haben noch hier Plus. Das heißt, alles ist gut. Das ist die wichtigste Zahl. Hat man mir mal gesagt. Wenn die schwarz ist, dann ist alles gut. Dann kommt man irgendwann auch wieder ins Grün. Wir bauen natürlich gerade die ganze Zeit um. Deswegen sind wir immer weiter in den roten Zahlen wahrscheinlich. Gut, was haben wir? Übertriebsgewinn. Das haben wir jetzt gerade hier angezeigt. Der geht ja auch hoch noch. Das ist ja alles gut. Neue Fahrzeuge sind teuer. Sehen wir gerade. Ausgaben für den Bau. Das ist nämlich das, was wir gerade richtig viel auch wieder reinbuttern hier so mit, äh, Millionenbeträgen. Und Bruttogewinn, keine Ahnung, da ist er auch über Null. Sollte also gut sein. Aber die Marge ist eigentlich schon das Wichtigste, dass die eine schwarze Zahl ist. So, Gesamtvermögen ist dann 67,7. Fahrzeugwert haben wir nämlich 86 Millionen. Da können wir auch noch welche verkaufen wahrscheinlich bald. Weil wir Züge zusammenlegen, wie diesen hier und diesen hier zum Beispiel, die sind zu kurz und können wir zwei von machen. So, jetzt nochmal einmal kurz geguckt. Ne, geht nicht. Machen wir dann also in der nächsten Folge. Wie mit dem einen Zug, den wir bei der letzten Folge hatten. Müssen wir mal gucken, ob wir es hinkriegen. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wer ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch sehr gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.